Entschuldigung, haben Sie Kurzzeit für mich? Ja, natürlich. Wie heißen Sie? Ich heiße Joy. Okay. Wie alt sind Sie? 31 Jahre alt. Und warum lernen Sie Deutsch am Goethe-Institut? Warum nicht? Let's go! Bei Goethe sind alle alten Gruppen willkommen zum Studien! Wie alt bist du? Ich bin 36 Jahre alt. 35 Jahre alt. Ich bin 27 Jahre alt. Warum nicht? Am Goethe-Institut lernen wir Deutsch spielen. Sie sehen Sie Magmo Cross-Off? Warum nicht? Am Goethe haben wir... 21 Jahre alt. Warum nicht das? Ich bin 26 Jahre alt. Wir sind jetzt so im Bethe-Institut. Warum nicht? Ja, ich bin 21 Jahre alt. Wir haben das ein Türk-Belschen gì. Ich bin 40 Jahre alt. Und ich bin 50 Jahre alt. Und ich bin 81 Jahre alt. Ich bin 40 Jahre alt! Und ich bin 40 Jahre alt. Warum nicht? Die Menschen schenken mir am Geburtstag 100 Baht zum Essen. Und heute ist mein Geburtstag. Warum nicht? Götter ist grün. Es gibt viele Bäume. Ich bin Mutter. Ich kann ins Café gehen. Es liegt in der Nähe von U-Bahn-Station. Es kann ein Fach zu Fuß gehen. Warum nicht? Sie suchen ein Deutsch-Buch. Hier kann sie viel Deutsch-Büscher finden und lieben. Für Götter Studenten ist es kostenlos. Warum nicht? Götter Institut ist real-weiter. Warum nicht? Man kann ja auch Götter Sertifik-Hyper vom Buch kennen. Warum nicht? Ich glaube, hier sind die Antworten. Warum lernen ich hier Deutsch? Es freut mich, dich heute zu treffen. Ich auch. Tschüss!